Eine neue 3-Zimmer-Etagen-Wohnung ist hier zu vermieten. Sie befindet sich in Berlin. Die Immobilie wurde 1996 erbaut und wird über eine Zentralheizung beheizt. Das Gebäude hat einen Personenaufzug. Das Objekt verfügt über einen Balkon, eine Einbauküche sowie einen Keller. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Von ca. 94 Quadratmetern beläuft sich die Gesamtmiete dieser Etagenwohnung auf 1587 Euro. Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.